Das ist Otto. Otto arbeitet tagsüber in seinen Obst- und Kräuterplantagen in den Südhanglagen der fränkischen Schweiz. Die reiche Ernte verarbeitet er in traditioneller Herstellungsweise mit fein abgestimmten Kräutern, Beeren und Wurzeln des Waldes zu Spirituosen und Likören mit einer einzigartigen Geschmacksvielfalt, ganz ohne Zusatzstoffe. Otto optimiert die traditionellen Rezepte nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, so dass sich der Geschmack ins Gedächtnis brennt und nicht in ihren Gaumen. Frisch abgefüllt verkauft er seine Edelspirituosen an alle, die nicht erst auf das Etikett sehen möchten, um zu wissen, was im Glas war. Egal ob nach einem gemeinsamen Essen mit Freunden oder als Aperitif am Nachmittag, der brennt nicht, der schmeckt. Und gibt's nur bei uns, die Schnaps Factory.